Hi, Digger Yoshi wieder. Wieder eine PC-DVD rum. Ihr seht schon, das sind die hässlichsten Covers, die es gibt für Spiele, wie ich finde. Green Paper. Also was die da an Grün verschwendet haben, hätten sie auch das ganz normale Cover drauf drucken können. Und dann noch dieser Preis, riesengroß draufgebatscht und draufgedruckt für 6,99€. Ja, leider, wie gesagt, mit den hessischen Cover. Aber das Spiel Border in Arms Road to Hill 30 ist ein sehr gutes Spiel, wie ich finde. Macht auch extrem viel Spaß. Das ist so, was ich gesagt habe, so ein Eco-Shooter, wo man halt die Leute, also seine Mannschaft ein bisschen dirigieren kann. Was damals neu war, jetzt glaube ich alltäglich ist. Und macht halt Spaß. Und dann habe ich das Spiel nie gespielt, also ein Multiplayer. Nie gezockt, warum auch immer, keine Ahnung. Aber die Singleplayer-Kampagne hat mir ja sehr viel Spaß gemacht. Also die hat mich, die Geschichte war sehr gut. Habe ich damals, also ich bin auf das Spiel gekommen, wo ich das bei Giga Games gesehen hatte. Also bei Giga, bei NBC. Oder auf NBC. Egal. Und ja, das fand ich damals fasziniert. Und darum habe ich das gekauft. Und ich finde das immer noch toll, das Spiel. Also muss ich sagen, macht immer noch Spaß. Ja, das war's wieder von mir. Bis demnächst.